Ja, hallo und hallöchen meine lieben Freunde und damit dürfen wir euch herzlich in der Folge von Alphabet begrüßen mit Special Guest Niki, Roman, Valentin, Roman strich mit dieser Aufnahme eine Challenge, sobald ich anfange zu singen und weil ich anfange eine Fanfiction vorzumießen. Das heißt, ich darf nicht singen. Und ich muss mir nochmal ein ganzes Zeug cheaten, weil ja, weil er mein Backpack in der letzten Aufnahme verschlammt hat. Vielen Dank dafür. Du hast mich getötet und dann habe ich ihn verloren. Ach ja, und neue Aufnahmen und Rendereinstellungen. Deshalb, wenn es jetzt lag, dann lag nur noch das Spiel, weil du bist. Ähm, Patrick, kurze Frage. Wie, wie lange nehmen wir heute auf? Nicht lang. Eine Stunde? Dann kann es sein, dass ich vielleicht dazu join, wenn ich Minecraft und alles runtergeladen habe. Du musst, es dauert schon mal eine Stunde, bis du es runtergeladen hast, Modpack. Ich muss auch schon mal Minecraft runtergeladen. Also hier, also wenn du... Du brauchst Minecraft nicht dazu. Was? Du brauchst Minecraft nicht dazu. Echt? Du brauchst Minecraft nicht dazu? Nein, braucht man nicht. Das ist ein Modpack, der lädt alles runter, was du brauchst. Oh. Über 6 Uhr. Alter, warum leckt eigentlich das Spiel so krass? Ich weiß nicht. Ich glaube, dein Server ist im Arsch. Der ganze Wald brennt. Was? Was? WTF? Was passiert? Warum brennt der Wald? Wieso kann man nicht zwei Windows-Installationen vielleicht? Hä, hier ist ja ein Haus. Was ist dein Haus? Wo ist dein Haus? Wo ist dein Haus? Hier. Das ist Schwannigs Haus. Das brennt auch. Dein Haus brennt. Wo ist hier? Äh, das ist Schwannigs... Ja, dein Haus brennt auch. Hey. Hey, der Baum neben deinem Haus brennt. Alter, was hast du vor... Wale, hör auf. Alter. Wale, Alter. 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 Hör auf. Du weißt, wer, dass die davon noch 27 Literal hat? Alter. Alter, ich bin noch hier. Was habt ihr denn mit mir? Ja, Wale wollte gerade den Wurder auf das Tronics ausziehen. Nein, hab ich nicht. Wollte ich nicht. Spaß. War das gerade bei mir so, oder war das bei mir so? Ey, die Schöne wieder. Oh, Felix, du Mongo. Moment. Nein, das... Wale. Ich geh jetzt kurz mein Zeug cheaten. Oh, ja. Ah, ich brenne, 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 brenne. Patrick, was machst du? Ich geh mir jetzt mein Zeug cheaten. Wieso brennt der Wald? Das würd mich auch interessieren. Ist Tronig rodet schon wieder. Ne, Alter, wer hat den Wald angezündet? Ich zünde schon manchmal gerne Sachen an, aber ich brenne noch keinen Wald an. Das muss Peter gewesen sein. Der zündet immer. alles an. Nein, meine Haare. Das sind meine Schädel. Du hast mich nicht einmal aufgefordert. Kein Wunder brennt der, kein Wunder leckt der Sir, wenn der, ja gut, sobald der Wald abgebrannt ist, wird es wieder gehen. Die S hat mich einmal drüber. Leute, wie geht's euch denn so, mal so? Der scheiß Wald brennt immer noch. Ja, wie geht's euch? Ich guck drauf an. Wie geht's? In der TNT und dein Haus, da geht's mir besser. Nein, das passt, wenn ich nicht. Ach, Walle darf singen, aber ich nicht. Das ist unfair. Wenn ich nicht singen darf, dann darf Walle auch. Keine Ahnung, ich kann keine Ahnung da aussetzen, was du... Patrick, nehmt sich hier mal auf. Die tütze ich einfach während der Aufnahme. Äh, mich, achst du, die hören mich ja noch, ihr hört mich noch nicht mehr. Ja, schon, aber dann hört man uns ja auch nicht mehr. Doch, ich melde nur mein Mikro. Mit meinem Hotkey. Guck. Also, wenn es ein Mikro ist, dann lese ich trotzdem vorne. Na, fick dich doch einfach. So, jetzt kannst du die Folge raussuchen, die letzte... Ja, ist okay, dass du mich anstuckst. Auf, jetzt! Ähm, eine Frage, habt ihr irgendwo einen Word-Up-Walken-Garten bei euch? Nein! Aber ich hätte mal ein Zeug wieder. Ach! Oh mein Gott! Ich hab grad ein Geräusch gehört, das gefällt mir nicht. Bist du eigentlich behindert im Kopf? Warte! Nö, der ist gleich tot. Warte! Ich hab ne bessere Idee. Das war mir bloß in Schleswig in Deutschland vor. Das finde ich ne gute Idee. So, Moment, ich muss mir das alles wieder cheaten. So, Moment! Ähm, auf in den Cheat! Malin, du weißt doch, das ist für eine richtig Scheiß-Idee für gerade eben gewesen, ja? Ich hab dir nicht. Ich bin keinem Lava-Becken geflogen. Ist stark. So, wir brauchen einmal, aber was ist denn das? Was heißt ein Hähnchen? Äh, Chicken, ne? Ja. Anthem Jack? Was ist nicht Chicken? Was ist denn das zum Essen? Fleisch? Brot? Ja, das ist Fleisch, aber ich weiß nicht welches. Ich geb mal Raw ein. Deines Raw! Wer hat Arschgaul eingefangen? Arschgaul? Hey, lasst mein Arschgaul in Ruhe. So, wie gesagt. Handsome Jack? Aber, Predictor. Was ist denn das für ein Essen? Hm. Kann ich mir echt... Kann ich mir die Hammer... Arschgaul! Arschgaul! Ja, weiß ich schon wie lange... Ich muss die alle nochmal forsten und alles. Armer, armer Patrick. Wieso? Ich... Alter, ich hasse dich gerade so sehr. Weißt du, was besser ist? Was? Habe ich die alle nochmal. Mhm. Hat mich ja nicht 10 Folgen oder so gekostet. Ach. Oh, hops. Dann ist ja... Hops. Hops. Hey, Walle. Gib mir auch einen. Einen. Stopp! Walle. Also, ich wäre schon mal auf meiner Dogen-Seite. Okay. Hör auf! Du brauchst jetzt echt keine Dogens vorlesen. Ja, glaub dich. Handschuhe. Oh, was. Glow. My house. Hä? In the middle of our street. My house. Okay, also der heißt... Onakoi. Wir können kein Japanisch. Ja, ich auch nicht. So, gleich auf die Barwassen springen, oder? Äh... Ja, bitte. Was ist das, Mann? Das ist doch kein Dogen. Das ist ein Doge mit echten Personen. Das sind kleine Bilder. Ah, und? Seht ihr was? Ach. Neulich kann ich übrigens auf Galileo... Also, Clown-Fische haben allen Haaren, ja? Was haben Clown-Fische? Weibliche Clown-Fische haben den Haaren. Kamen auf Galileo. Was? Die haben Haaren? Ja, Niki, erklären wir mal bitte kurz die Bedeutung von Haaren. Okay, hier ist einfach ein Giant Zombie hinter mir gespottet. Haare mischt doch völlig einfach. Haare mischt ein Junge und viele Frauen, Punkt. Ach, was? Andersrum halt. Nein. Andersrum heißt es anders. Doch Clown-Fisch-Weibchen haben einen Haaren mit vielen Männchen. Ja, ne, ne. Oh, da gibt's auch einen Begriff, aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Andersrum gab's auch... Wer hat eigentlich mein Scheiß-Bett abgebaut? Haaaah. Also eine ganz andere Frage. Haaaah. Haaaah. Was denn? So, 9, 6, Shovel. Das haben wir da, haben wir da mal. Dann brauchen wir das Makameet. Wie viel hab ich davon? 52. Und ich spreche noch hier von den Kontakten von, äh, Dingchen. Wer ist das? Mein Zeug. Wer versucht sich hier in unsere Aufnahme zu schleichen? Ich glaube Romans Mutter. Was bist du, wenn ich dieses Arcan-Stone-Block-Dings abbaue? Wo bist du? Bei wem? Exe, Char? Martin, ist das okay. Kannst du mir mal Zeug wiedergeben? Du, Malle. Das liegt doch drüben. Felix. Ja, fick dich. Ich dunkel. Ich hab nichts mehr zu essen, ich kann nicht mal mehr rennen. Beat the Beast, Exe, Char, oder Apple? Exe. Außer du hast natürlich Apple. Ja, das war mir klar, dass Apple... Blöde Frage, war aber Exe oder Char? Char ist für Lino. Ich hab die Rottenflasch ja schon. Exe ist für Windows. Was? Exe? Reptilien? Hype? Lieben, guten Tag. Guten Tag. Ich bin da. Ich komme hier an den Beraten. Du bist neuer. 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 Verschwörung der Illuminaten gewesen sein, meine lieben Freunde. Oh Scheiße. Jabberwock. 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 Der macht doch kein Damage. Der Jabberwock ist voll billig. Nicht so. Kein Equip. Aua. Auch nicht dann ist der Jabberwock strong. Das sind Ventoraptoren. Verpisst dich. Jabberwock. Du Scheißviecher. Jabberwock. Wo bist denn du? Aua. Babyzombie. Fick dich. Nicht Encage. Wann sind das? Sind das XP? Jabberwock. Was für Fett? Seht ihr jetzt ist der Wald abgebraten? Jetzt läuft Minecraft gut. Digga. Du Scheißradi, Alter. Verpisst dich. Hab ich. Das hab ich noch. Das hab ich noch. Was war am Bretter nochmal auf Englisch? Das geht drauf, man. Wegen den Eisfallschaden. Planks. Gestüchte recht von dir hab ich mein Backpack verloren. Du verpisst dich. Bleib weg von mir. Mama. Mama kann jetzt auch nicht mehr weiterhelfen. Die hat mein ganzes Zeug gefressen, Mama. Die Ratte hat mein Zeug gefressen. Was hat? Ich stelle mir das ganz so vor. Der hat grad eine Ratte mein ganzes Zeug ausgespuckt. Ja, hat's hier wenigstens geschmeckt. Oh Gott. Hat die vielleicht noch mein Backpack gegessen? Jabberwock. Nein, Mama nicht schon wieder. Was passiert eigentlich da bei dir gerade so? Das schweiß ich. Bleib weg von mir. Eher scheiß Fischer. Ich hab ne Frage, die denkst du ja. Okay, die Maus hab ich aus. Es hat sich geräumt, hell. Du bist so witzig. So, dann brauchen wir noch den Stringtanker von Destronics Motor. Das ist meine Hose, Alter. So. Mach ich dich auch öfter, oder? Pock. Was, frage ich mich? Wo zur Hölle ist meine Hose? Das frage ich mich in Dark. So, Vater, wo ich mein Zeug. Und wo ich meine Hose. Oh Gott, ja. Ja gut, Traveller Steps hab ich noch drin. Da brauch ich noch den... Ist das der Hänger oder Kleider? Hängen Kleider, ne? Ja, er hieß nicht Hänger und er hieß nicht Kleider, er hieß Hang Kleider. So. Die Hang aus aus Breaking Bad. Hang Kleider. Okay, jetzt holen wir uns hier noch ganz kurz nen Staff of Travelling raus. Wenn ich im Cheap Mob bin, müsste ich doch das eigentlich auch kostenlos enchanten können, oder? Ey, Mann. Digimon. Okay, das hab ich. Part-Bürder. Ne, ne. Ne, ne. Boah, wie ging das nochmal? Wie ging das nochmal? Tool-Forge, oder wo war das nochmal? Boah, das stimmt so lange hätte ich das denn alles gemacht hab. Wo konnte man denn die Sachen nennen? Alter, wie ging euch nochmal das Kraft-Intro von Digimon. Le... Fuck. Alter, Walle, du bist geboren. Alter, Walle. Wo ist das? Ich wusste das. Alter. Wie hat meine Tür geöffnet? Äh, Felix? Ja. Ich einfach, instant einfach... An welchem Table konnte man nochmal die Sachen nennen? Ich bin von oben in dein Haus reingeflogen und bin vorne wieder zur Tür raus. Und der liegt in seinem Bett. Und ich gehe so raus. 500 Meter weiter. Irgendjemand hat meine Tür geöffnet. Ey. Äh, Felix. Ach, hier war das. Ja, ja. Genau. Und jetzt... Was war da nochmal? Labus und Redstone, ne? Oder mit was hab ich das erzählt? Mit Labus? Mit Redstone? Mit... Also wenn du das jetzt anfängst zu singen, dann hasse ich dich. Komm und schnapp sie dir. Okay, Mann. Ich mach dir niemals Digimon. Sie sind scheiße. Digimon ist kacke und das Intro hört sich scheiße an. Scheiß. Alter, hast du gerade gesagt, das Intro hört sich scheiße an. Ja, ich weiß aber nicht mehr genau, wie das sich das anhört. Du kannst mir das einfach vorsingen. ...muss... ...widerstehen. Pimmel, Mann. Geht es so? Lebt dein Leben. Egal. Um ein neues Digimon zu erfinden, musst du nur Mon dahinter setzen. Darf ich summen? Nein, Pimmel, Mann. Hä? Warum kann ich ein... Ach, das sind ja 9 Hubs. Tronic, ich glaub du leidest auch darunter, wenn ich das nicht lese. Und was denn? Fan-Fiction. Fan-Fiction. Na, Alter, jetzt hör auf. Die Fan-Fiction geht nämlich über dich, das Tronic. Oh. Warum? Warum steht hier ne Toolstation? Warum steht hier ne Toolstation? Wo ist mein Crafting... Ich hab nicht mein Crafting-Table hier. Weißt du? Ich hab alles, aber kein Crafting-Table. Ach ja, weil ich... Die gibt's über mich und Slana. Ja, die würde... Die würde in unserem... Oh, jetzt... Am Dienstag wollten ja das Tronic und ich ein Spiel racen, und da wird die vorgelesen. Hm. Toll, ne? Irgendjemand soll ihn erschießen. Nicht, du musst da mitkommen. Eigentlich ja ich, weil ich hier Waffen habe. Äh. Das reicht langsam, okay? Ich spam euch die Next zu mit Anstopsaft. Hm. Ich hab meine Testsounds aus. Ja hab ich jetzt auch. Und das juckt mich aus und nicht. Man kann hier nicht mal in Stupsen. Ich hab's auch aus. Warum kippt's eigentlich Lack, wenn ich das auf meine Battle-Ex packe? Ach so, ja klar, dass die Mops besser trinken. Patrick? Nein. Na nee? Wirst noch viel erleben. Du musst es bestehen. Es kommt der Tag, an dem du dein Zähler reichst. Ein Digimon wird dich begleiten. Der beste Freund in aller Zeit. Bist du dir bewusst, dass ein Haus total kacke aussieht? Das, was kacke aussieht, ich höre nicht. Das hat auch Six-Sex gebaut. Doch wir wissen nicht, was morgen sein wird. Lebe deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Reif nach den Sternen, du bist bereit. Klau an dich, bald ist es soweit. Wir werden beides sein. Sei, dass du nach einem Vergewaltigungslied bereit bist. Echt so? Die werden beides sein. Sei bereit. Halten, ne, Moment, nicht Redstone Diamanten. Oh, jetzt darf ich das nochmal neu machen, weil ich da... Ich hatte ja da... Oder was ist denn das? Diamanten, oder? Lebe deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg. Stelle dich der Gefahr. Das war schon ein bisschen mit dir, ne? Ne, das war nicht singendisch. Alles sprechen, was ich hier tue. Ja, da wird auch was sprechen. Das ist Trunek. Ja, hör auf. Mit was denn? Ich bin gar nicht da, man kann mich nicht sehen, man kann mich nicht sehen. Wanne, guck mal auf Tumblr. Ich will das nicht lesen. Das ist schon ein Gift von... Ich will das nicht lesen. Leak auf Problems. Patrick, ich schick dir eine PDF-Datei. Nein, du siehst mir nicht die PDF-Datei auf Doom. Nein, nein, nein. Die PDF-Datei. Das ist ich mal kein Porno, okay? Es ist zwar selten, aber ist ich kein Porno. Das Trunek, was war das? Ähm... Das Trunek. Freunde? Was war... Alter, was warst du da? Mach mein Haus nicht kaputt. Das bin nicht ich. Das Trunek, wo... Seh deinen Traum, der wird wahr. Können wir eigentlich einfach eine strukturierte Folge machen? Nein, okay, gut. Das ist ein Lava-Gefäß. Lass... Also, das soll ich... Ich bring dich um. So geht's nicht weiter hoch. Seh deinen Traum, der wird wahr. Der wird wahr. Geh deinen Weg. Stelle dich der Gefahr. Walle, du musst sowas von auf Tumblr und das Zeug... Wann habe ich dich getötet? Äh, das ist ein Fehler. Hm, warte, was soll ich mit meinem Handy? Ist das gerade wichtig? WhatsApp und Skype. Was ist denn deinem Leben ist wichtig? Oh ja! Ein Kumpel fragt mich gerade was. Nein, fließt das nicht. Boah, Alter, wisst ihr nicht, wie sehr ich gerade das Tg-Mon-Intro singen will? Wisst ihr, wie... Ich hab nirgends Redstone, ne? Ich hab über Diamanten draufgepackt, ne? Und das war noch ein Emerald of the Axe, Moment. Geh deinen Traum... Das ist einfach so ein Riesenzombie. Geh deinen... Nano... At... Tata... Ey, Walle, was geht ab? Skeleten. Beobachte dich. Naja, das ist okay. Ups. Bin ich schon wieder. Ich glaub, ich lasse... Du warst zur Hölle, warst du, Patrick? Ich wollte mir nicht hinwürdig geben. Ups. Wir haben einen Troll getötet. Irgendwie funktioniert der Teleporter nicht auf anderen Etagen. Ups, oder? Irgendwie sind die anderen Etagen alle kaputt. Nicht durch mir, Patrick. Nicht ganz. So, jetzt kann ich das... Alter, warum... Weil ich... Musste es ja nicht mit dem Dingsbums sein. Ich töte dich gleich. Ich krieg krebs.